Schön, dass ihr eingeschaltet habt und schon mit dabei ist doch der Fuchs an. Hallo, dynamisches XNR-Mikro. Cool, Mensch, das ist doch bestimmt was richtig Gutes, wenn er nicht mal weistet welches. Von Elgato. Von Elgato? Achso. Äh, das Wave? Heißt das Wave 3? Äh, 2,70? Ja. Kommt vor mir an. Ja. Tod, dahinter ist der Nächste. Hat nen Hit. Stirbt nicht. Oh Gott. Ist ja gut hier, Kollege. Wo ist der? 2,70 war hinter so ne Kiste, der hat nen Hit abbekommen, aber ich muss mal nachbleiben, ich hab keine Immobilien drin. Hier auf Kappes? Oh, kommt doch noch mehr. Ne, ne, das ist der. Wat von wo ist das? Hab ich. Ne, da kommt doch noch mehr Schuss. Jetzt kommt noch mehr, ja. Da. Scheiße, wo war das denn? Da. Scheiße, sehe ich nicht. Hä? Ach da. Alter. Okay, das ist die Nummer 2. Toll. Special ammo. Hier brauch ich auch. Oma. 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 Ja, von wo haben die den jetzt geschossen? Die sind da längst auf den Hügel gelaufen. Ja, aber die waren ja zu zweit. Oder weil sie beide links. Ich hab nur einen gesehen. Kann das jetzt von da oben kommen? Oder von da hinten? Warte, ich kann ja... Soll ich mal Fake werfen? Oder auch? Ja. Cool, das ist in Wasser gelandet. Das ist Fake in der EU-Western. Scheiße. Hä, oder? Ist das nicht in Wasser gelandet? War der Gesmeinung? Ich weiß noch nicht in Wasser gelandet. Sollte. Fake, Fake. Loote mal eben. Ich muss wohl auch nicht in Wasser gelandet. Oh, da hat eine Busen. Was ist denn jetzt? Die Ottos. Die sind nicht. Ja, ich glaub den hab ich schon. Äh. 3,30. Irgendwie. Silent Shows? Irgendwot? Wir warten. Wir haben grad schon mal auf 3,30 Watt gehört. Das war doch weiter weg. Sicher? Nee. Warte, hat viel Gerücht. Komm mal n' den Klo. Mhm. Ich nehm mal die Mose mit, oder willst du die Mose noch? Können wir ja. Bin peckt. Aua, aua, aua. 195. Da, wo von da her, vom... Von der Höhle da. Fuck, ich komm da nicht hoch. Mein Gott. Hä? Was seh ich die wieder nicht? Hat nen Hit, Alter, ich auch. Der hat gepfeffert. Wo sind die denn? Äh, ja immer noch da. 180 da. Und die. Kurze Mose und ne... Herminus. Sag mal, Kinas. Raucht ihr Zeug? Was ist mit euch? Wie kommt denn noch mehr? Die schießen grad auf unsere, die da vorne. Ja. Und rechts kommt noch mehr. Scheiße. Ich will mich mit ihm setzen. Sag mal, die von links Sandwichen? Ja, ja. Die da hinten sitzen. Wieso, wieso schießen die jetzt auf mich? Wir sind weiter links irgendwo da hinten. Mhm. Noch weiter links rum. Okay. Boah, mir hat nen Hit. Hab einen. Hab zwei. Sehr schön. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Ich glaub auf der... Warte, war der gerade nen Schott noch vielleicht hier? Oder ist der einfach ne Ackersporn? Scheiße. Ich weiß ja auch nicht, wo die anderen sind. Wo? So, 285 ungefähr. Oh, was war denn wo dahin? Krieg ich bei den Muni? Okay. Wachtung. Ach, da hab ich einen gesehen. Gut. Schön. Einer müsste noch weiter hinten sein. Die lag da vorne. Oh, vor mir. Gut. Da war der? Mhm. Oh, Ausdauerschütze. Warte gleich, die eine hole ich gleich. Ich hole die... Ich hole die... Beziehungsweise loot die erstmal hier oben, die. Ja, klar. Die letzten beiden, die noch auf dem Server sind. Die machen den Bus. Fickt euch. Ja, das ist doch noch bei Pearl. Ja, ne. Ist sicher. So, wo lang ist die andere da hinten? Direkt an der Kante da unten. Ah ja. Er hat den Rock mal angehoben. Zwei Teams sind noch da hinten. Hm? Beide Teams sind da hinten noch. Hm. Wahrscheinlich. Die schießen einfach nur so rum, ey. Aber an der Kutsche vorbei? Hm. Und? Oh, ne. Ja, vielleicht. Kann man die rechte Kutsche nehmen? Ein bisschen mal zum Werfen habe ich noch. Zum Werfen habe ich auch noch. Nur Munition. Noch sechs Schuss in der... Obrez. Oh. Warte, meinst du? Hab ich schon. Angeber. Nö, nö, nö. Ich hatte 65 Skillpunkte auf der... in die Uhr. Und da waren schon fünf Perks drauf. Jetzt nämlich Angeber. Ja. So. So. Nö, eigentlich ein Ausgang, jo. Nö, das wäre ich ja. Die Püße noch mal drückt dran, das sei. Nö, jetzt nicht. Ach komm, nee, geht auch. Ich hatte nur noch sieben Minuten Ausdauer. Oh, der fährt gleich los. Oh, hat was Spätung. Hat mal auf den Fahrplan geguckt. Mhm, mhm, mhm. Natürlich jetzt smart, nachdem ich zwei Kugeln gelootet hab, nachzuladen ohne Bullet Grabber. Und jetzt hab ich nur noch... Einen. 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 Eicht. Wir hoffen, die haben ja noch ein zweites Team. Wenn wir ankommt, sind die schon durch den Ausgang. Oh, ne, nicht die Kröter schon wieder. Die Drecksküter. Ha. Ah, nicht getriggert. Leberwurstbrötchen aufgegessen. Boah. Creeping End. Schieß mal in der Luft. Machen die doch schon noch nicht. Ja, du. Ne, ich hab Angst, wenn wir jetzt in die Luft schießen, sind die noch schneller abbauen. Hm. Wer schießt oder wer dort? Wer schießt oder wer dort? Ich weiß nicht, ob wir schießen oder die einfach so schießen, weil die ehre ist. Wir sind noch nicht da. Richtig. Äh. Wir kommen uns gleich entgegen. Oh, wir sind ein bisschen aufgeteilt. Uh. Unsere Wege kreuzen sich gleich. Oh, ich strahlenkreuz. Ne. Äh. Das ist zu viel Wasser. Ja, fein im Bogen. Na, komm. Komm, wo dahinter? Da. Ja. Hit. Ja. Ich auch. Heiner tot. Ich muss mich hier. Auch ein Hit. Ich muss mich bluten. Ich blute. Ich hab ein HP. Ja, ja. Heil dich, heil dich, heil dich hat sich. Er ist dahinter. Mhm. Guck mal, ich möchte nicht blute. Riff Kappers. Konzentriert sich auf mich. Habe ich. Jawoll. Sehr schön. Oh. Ich bin gerade weggerannt. Ich bin beide um die Ecke gelaufen. Einer hat im Lauf erstmal heller grassiert. So. Ja. Erstmal looten. Hm. Am Westen. Zweitwache. Ach. Wurde. Ja. Meinet gewesen. Wurde. Die Lobby vernichtet. Ne, die haben ja auch wohl 200. Wurde. Wurde. Schnauze rum. Er ist schon das Lack abgekriegt. Die Schnauze. Hier Mücken. Wasch dich mal. Wurde. 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 Ach okay. Oh stimmt. Oh ok. Schnell mal ein Kommentar. Ist ja ok. Ja. Sehr gezahlt. Ja. Ist richtig. Das morgen geht wiederum, 13 uhr so ein Schaudern und einschalten. Aber noch nicht vergessen. Tschüüss. Tschüüss.